Hier ist der Macchiato, der beige hier und sein Bruder. Beide sind so ca. 6 Monate alt und werden eher groß. Man sieht das an ihm jetzt ja auch schon, dass er ungefähr 50 cm reiner ist. Die sind sehr lockig, also ein ganz tolles, weiches, längeres Fell schon. Das muss man mit Sicherheit aber auch gut pflegen. Und auch sehr lieb. Ich bin hier auch aufgewachsen, als wäre es hier. Dann wäre es schon toll, wenn wir auch reisen könnten. Dass wir einfach jetzt so alles lernen können und normales Hundeleben erleben dürfen. Vor allem im Winter hier nicht verbringen müssen. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Hey du! Hey! Das ist noch sehr offen und zugänglich und auch jetzt gar nicht einzig. Es ist wirklich hier mit einem Hunden beträglich. Zusätzlich mit Händen lassen sie sich weicheln, umfassen und auf den Arm nehmen. Die beiden sehen wirklich sehr gut aus.